Gibt's hier irgendwie was interessantes? Energie, Energie, Energiekarten sind sehr wichtig. Kommt wieder, wenn du viele Energiekarten gesammelt hast. Dann verrate ich dir ein Geheimnis. Aha, ich hab doch viele. Moment mal. Sind das nicht genug Energiekarten? Ich meine schon. Oh ne, Quatsch, hier. Ne, Quatsch, hier. Ich hab doch genug, ey. Was will der? Keine Ahnung. Feuer-Pokémon stark gegenüber Pflanzen-Pokémon, schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Einige Pflanzen-Pokémon zeigen keine Schwäche gegenüber Feuer-Pokémon. Attacken benötigen Feuer-Energiekarten, okay. Viele Feuer-Pokémon-Attacken lassen sich nur ausführen, wenn Energie abgezogen wird. Der Deck aus Feuer-Pokémon muss also genügend Feuer-Energiekarten enthalten. Auch Energie zu gewinnen ist von Vorteil. Habe ich ja in meinem Feuer-Deck drin. Das Pokémon-Sammel-Karten-Spiel für den Game Boy enthält viele Originalkarten, wie Level 14 Mausi mit der Katzen-Stark-Attacke. Du kannst noch viele weitere neue Karten finden. Jupp. Es kommt ja noch alles. Ich verglühe heute im Pokémon-Fieber. Eines Tages werde ich die legendären Karten erben. Kennst du das Haus auf dem Cap im Nordwesten? Da war ich, ja. Das ist das Haus von Ishihara. Ist es nicht toll, Freunde zu haben? Ja, ist es. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt ein bisschen Glück habe. Und kämpfe jetzt gegen Tom. Dies ist der Feuer-Club, wo sich Junge mit einer brennenden Leidenschaft für Pokémon-Sammelkarten zu heißen Duellen treffen. Teile den feurigen Spaß mit uns. Jo. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass sie nur Feuer-Pokémon haben. Ärger-Deck. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Äh... Erstmal Shigi und dann Krabbi. Also ich habe das Wasser-Deck noch nicht ausprobiert. Tragosso. Geheule. Wow, okay. Boah, dreimal Bild. Jo. Arctos. Sehr gut. Ja, scheiße. Jetzt brauche ich die Fossil-Karte noch. Ja. Wäre schön, wenn ich jetzt auch noch gleich... ...ähm... ...Sherlock ziehen würde. Das wäre mega episch. Aber so gibt es auch. Vor allem, wenn ich mit Blubber... ...so oft Glück habe. ...ähm... ...mach du mal eine Karte davon weg. Und... ...moment mal. Habe ich jetzt irgendwie... ...ne Stami, da brauche ich Stern-Doo? Ähm... ...nach... ...na, erst mal Europa. Scheiße, jetzt habe ich kein Glück. Aber Tragosso hat ja nicht allzu viel. Professor Eich. Ja, toll. Geheule. Also wenn du nur Geheule machst, dann geht das... ...noch. Nein, ich weiß, ich habe jetzt auch Professor Eich in der Hand. Aber will ich jetzt nicht aktivieren. Wow. Arctos. Scheiße. Ich glaube, die zweite Attacke von Tragosso war, glaube ich, Rasselrei, oder? Ja. Au. 40. Scheiße. Das war viel. Ja, toll. Jetzt habe ich Tragosso. Äh, ne. Ich glaube, ich habe wieder mal Professor Eich. Coverdor. Energie suche. Das ist alles sehr gut. Alles klar. Arctos. Dudo kommt jetzt als nächstes. Okay. Purienschlag. Oh, 10 KB, das geht ja noch. Wäre schön, wenn ich jetzt gleich Yu-Gong ziehen würde. Oh, ne. Du, Tri. Mach das doch nicht. Rasserei. Ich mag dich jetzt schon nicht mehr. So. Kopf aus. 50 KB hast du noch, ey. Mit deinem Du-Tree. Das ist nicht gut. Aua, du tust... Ja, toll, dass ich jetzt das erst ziehe. Gar nicht gut. Ja, ich habe... Also, keine Panik. Äh, nicht wundern. Äh, ich habe mit Absicht Kabador ins Deck reingepackt, ne. Weil... Ich auch natürlich auch einen Garados habe. Aber... Die muss ich jetzt so ziehen. Blitzart. Yeah. Das ist sehr... Gut zu dem Effekt, wenn ich Glück habe mit Blitzart. Dann bekomme nämlich alle Pokémon, äh... Bei der Bank vom Gegner nämlich auch noch 10 Schadenspunkte noch zusätzlich. Oh, ne. Tauros. So, erstmal Krabi. Und Blitzart. Macht jetzt, bis trotzdem besiegt. Okay, das ist der Nachteil von Blitzart. Aber damit kann man leben. Radikal von mir aus. Okay, das war jetzt sehr Glück von ihm. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Äh... Krabi und Blitzart. Jawohl. Eine Attacke noch und dann ist sein Radikal auch schon besiegt. Bis, ja, von mir aus. Sehr gut. Ja, jetzt kann... Könnte ich in der nächsten Runde... Oder kann ich das jetzt schon? Weiß ich jetzt nicht. Ah, ne. Ach, ne, Quatsch. Ich habe ja kein Slummy. Ich habe ja Professor Eich aktiviert. Stimmt, ja. Und gewonnen. Ja, kann man eigentlich auch zufrieden sein mit dem Wasserdeck. Momentan. Sehr gut. Okay, das sind jetzt zum Großteil auch die Karten, die ich jetzt off-screen bekommen habe. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Okay. Okay. Ach, scheiße. Ich habe das jetzt nicht gut gelesen. Ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen, dass ich das hier wieder vorlese. Der Kevin. Hey. Hat jeder das Fieber? Hast du das Fieber? Wenn du das Pokémon-Fieber hast, dann trete gegen mich an. Jo. Flammenwerferdeck. Yay. Äh, ja, da ist man mit Coverdor. Scheiße, jetzt darf er natürlich anfangen. Das ist nicht gut. Ja, toll. Stummy. Ernsthaft. Tackle. Ja. Hier kann Coverdor richtige Attacken machen. Nicht so wie bei den übrigen Pokémon-Editionen, wo es halt wirklich nur permanent Platscher aktiviert. Scheiße, jetzt bin ich mit mit. Gar nicht gut. Na toll. China. Fuck. Na, okay. Ich hoffe, dass ich mit Arctos jetzt ein bisschen mehr Glück habe. Na, natürlich nicht. Scheiße, einmal wird, wird. Bleibt auch die Bewirrung. Gefriertrocknung, komm. Warum habe ich hier so viel Pech? Mann. Das gibt's doch nicht. Ja. Wohlpecks kann nur Kung-Fu strahlt uns wegen. Scheiße. Gar nicht gut. Yay, ich hab' verloren. Geil. Fuck. Naja, ist egal. Ich kann ihn ja offscreen nochmal ein paar Mal versuchen zu besiegen. Ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht so lange die Trainer machen, bis ich jetzt einmal gewonnen habe, ne? Also, nee. Lass uns noch einmal spielen. Bis später. Ja. Später vielleicht. Kommt, Leute, ruft Feuer-Pokémon. Du, los, sag Feuer. Feuer-Pokémon. Okay, auf zum Duell. Okay, du bist komisch, Peter. Neu Mission-Deck. Okay. Juhu, Lapras. Ja, leider habe ich Lapras momentan nur einmal. Das Besondere bei Lapras ist, je mehr Wasserenergiekarten Lapras hat, desto mehr zieht's, äh, Aquaknarre ab. Das heißt, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn Lapras ungefähr jetzt 70, äh, Quatsch, äh, 7 bis 9 Wasserenergiekarten hat, dann zieht das bei normalen Pokémon 90 KP ab, um bei Feuer-Pokémon doppelt zu gehen, ne? Das müsst ihr auch mal berücksichtigen. Aquaknarre zieht jetzt 20 ab und jetzt beim nächsten Versuch zieht es 40 ab, wenn ich nicht verwirrt bin. Danke. Ah, das gibt es nicht. Natürlich habe ich Pech. Naja, ich habe hier einmal einen Trank. Das sind 20 KP jetzt geheilt. Ja, mehr brauche ich jetzt erstmal nicht, dann packe ich jetzt mal bei Arctos ein paar Karten auf. Ja, 40 und schon besiegt. Sehr gut. Danke, Peter. Das war ein großartiges Duell. Ich möchte dir dies hier geben. Oh, Nocchan, sehr schön. Brauche ich auch für das Kampf-Geschein-Bodendeck noch. Jo, Garados. Aber habe ich auch schon genügend. Okay, und jetzt gegen den Klubmeister Tim. Ich bin Tim, der Feuer-Klubmeister. Du sammest also Medaillen, um der Erbe der legendären Karten zu werden. Du brauchst viel mehr Karten, um die legendären Karten erben zu können. Hm. Es scheint, du hast doch schon eine Menge Karten gesammelt. Dann lass uns spielen. Jo. Wir werden mit 6 Preisen spielen. Wenn du gewinnst, gebe ich dir eine Medaille. Los, starten wir. Feuersturm-Deck. Das Gemeinde ist, das weiß ich nämlich noch, er hat auch farblose Pokémon, also sprich normale Pokémon. Und das stärkste von ihm ist ein Shanera. Und Shanera hat, glaube ich, 120 KP. Deswegen ist das schon ein bisschen krass viel. Äh, diesmal fange ich mit Yoruf an und dann mit Shigi. Okay, jetzt hat er Pummelhof. Okay, das geht noch. Mal gucken, was ich jetzt alles so bekomme. Komm mal. Ja, jetzt hat er sich natürlich. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Erste Hilfe, ja. Oh, der Kampf könnte sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ja, oh, okay. Es sei denn, ich habe jetzt Yugong. Wow. Arora-Strahl zieht 50 ab. Nein, aber dafür brauche ich auch drei Energiekarten. Oh, Arcani hat der. Fuck. Oh, das dürfte jetzt interessant werden. Arora-Strahl. So, dein Pummelhof ist schon mal besiegt. Oh. Bodyjack, ne? Ich kenne dich doch. Oder? Ja. Fuck. Oh, jetzt muss ich Glück haben. Jetzt muss ich Glück haben, ey Shigi. Sonst zieht es viel ab. Oder? Moment mal. Ich mache das mal so. Hauptsächlich habe ich jetzt Glück. Nee, natürlich nicht. Warum sollte ich auch Glück haben? Ja, einmal Flammen wirfen, dann ist Shigi schon besiegt. Hey, fuck. Oh. Das ist gut. Scheiße. Jetzt bitte kein Forti-Jack. Doch. Fuck. Okay, wir dürfen gegen Tim nochmal kämpfen. Scheiße. Aber nur wegen seinem scheiß Arcani, ey. Ja. Das regt mich schon wieder ein bisschen auf, ey. Ja, nochmal. Komm. Ja, scheiße. Jetzt darf er... Oh Gott. Ich darf er noch anfangen. Toll. Ich glaube, ich muss mein Wasserdeck noch ein bisschen optimieren. Habe ich hier so im Gefühl. Oh, nee. Jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich keinen Trank. Toll. Ja. Naja, ich glaube, verliere ich wieder. Ah, scheiße. Mann. Ja, toll. Ich bräuchte jetzt einen Krabi. Gerade die Pokémon, die mir wichtig sind... Ja, da hat er jetzt einen Chaneer gehabt. Oh, Knotel-Lof-Randale. Das ist nicht gut. Wow. 50. Ich glaube, P, ey. Oh, Trank. Sehr gut. Ja, der Nachteil bei Randale ist, wenn er Pech hat, ist halt sein Tauchus verwirrt. Ja, toll. 60. Ja, übertreib. Ja, toll. Wo ich jetzt kein Goldini mehr habe. Oh, Mann, ey. Na, hauptsache sein Tauros ist jetzt erstmal weg. Oh, nee. Sein Chaneer ist ja noch schlimmer. Ja, toll. Das könnte sich eventuell jetzt auch ein bisschen hinziehen. Ja, wegen... ...seiner Attacke. Wäre toll, wenn ich jetzt Amonitas und Amoroso ziehen würde. Oder Arctos ist auch gut. Aber jetzt brauche ich natürlich auch ein paar Wasserenergiekarten. Sehr gut. Ja, okay. Läuft bis jetzt. Ha, kein Glück gehabt. Aber dafür mit beiden Zähne knirschen, ne? Ja. Super. Naja, dann brauche ich gar nicht angreifen, wenn die Attacke wirkt. Ja, dann verursache ich keinen Schaden. Deswegen wäre es jetzt sinnlos, anzugreifen. Oh, deswegen hasse ich hier beim Pokémon Trading Card Game Chaneera so sehr. Oh, ja, komm, Professor Eich. Ähm, ja, toll. Amoroso, jetzt brauche ich Amonitas noch. Okay, die Hälfte... ...hat Chaneere jetzt verloren. Boah, übertreib mich, ey. Du hast schon dreimal Trank aktiviert. Jetzt schieb mal hier nicht zu oft rum, ey. Oh, das könnte noch ein langer Kampf werden. Jetzt... Jetzt hat er getauscht, ey. Das gibt's nicht. Du Arschgesicht mit Ohr, ey. Ach, toll. Aber solange du jetzt auf... ...diesen... ...ähm, von diesem Chaneere jetzt... ...nix machst du, passt das. Achso, ich hab schon voll... ...ein Garados könnte ich jetzt schon mal weiterentwickeln. So, die Hälfte hat das jetzt auch schon verloren, das ist gut. So, Garados braucht auch, glaube ich... ...bis vier Wasserenergiekarten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich hab ja genügend. Wow. Ja, Wechsel halt. Knuddelung, wie geht, gar nicht gut. Ja, toll. Garados. Ja, solange ich im Schlapp-Zustand bin, kann ich natürlich nicht angreifen. Obwohl, ich könnte ja auch Blümheiler benutzen. 80 KP hat Knuddelung, das ist auch ganz schön viel. Ach, komm, jetzt muss ich doch auch mal ein bisschen Glück haben. Danke. Jo, Stami. Aber hier hab ich natürlich nicht so viel Glück. Bei Sternenfost. Fuck. So, du hast jetzt... Oh, ja, jetzt peppe ich Labras auf. Oh, Mann. Scheiße. Oh, scheiße, Akani. Akani ist saugefährlich. Sternenfost. Und du bist schon wieder nicht gelähmt, ey. Aber naja, jetzt hat Knuddelung ja nur noch 20 KP. Und habt direkt Glück. Sehr gut. Oh, Labras für dich. Runde für Runde OP. Vor allem, wenn ich noch zusätzlich Wasser-Energikat noch bekomme. Oh, Turtalk. Sehr schön. Erstmal Energie-Sukur aktivieren. Okay, dann mach ich doch auch ein Shigi gleichzeitig. Ja, Sharnera ist jetzt einmal gelähmt für eine Runde. Das ist sehr gut. Jo, Sherlock. Genau deswegen hab ich sehr gut gemacht. Na, zweimal noch Sternenfost aktivieren. Ah, zehn Knirschen. Energie-Suche. Äh, so. KP, komm. Jo, was war ich jetzt? Jetzt war ein Turtalk. Jo. Jawoll. Und. Scheiße, ich hab nur noch eine Karte. Fuck. Das ist nicht gut. Scheiße, ich hab verloren. Toll. Naja. So, okay. Ich versuche trotzdem noch irgendwie, wenn es geht, zu gewinnen. Garadas, komm mal. Amoroso. Und Drachengut. Hohenart Schaden. Und ich hab schon wieder verloren. Das gibt's nicht. Oh, wie englisch. Oh, wie englisch. Geil. Ich hätte Professor Eich nicht aktivieren dürfen. Naja, okay. Nochmal. Ja, sorry. Aber. Tim ist jetzt auch ein bisschen blöd. Ja. Und. Erstmal mit Juro. Juro. Und der fängt schon wieder mit seiner scheiß Scharnere an, ey. Das gibt es nicht. Lol. Kann wieder ein langer Kampf werden. Tut mir leid dafür. Ähm. Erstmal Krabi. Komm. Oh, Mann. Oh, aber dafür hab ich jetzt schon Juro. Sehr gut. Scheiße, jetzt brauch ich natürlich noch mindestens eine Wasserenergiekarte. Aber das wird, denke ich mal, nicht allzu lange dauern, bis ich eine bekomme, weil ich hab eigentlich zum Großteil viele da reingepalzt. Seht ihr? Oh, was toll. Ja. Fuck. Sehr gut. Energieabsauger. Vokano. Definitiv. Also jetzt muss es ein bisschen schneller gehen, ey. Okay, jetzt hat er auch Professor Eich aktiviert. Das heißt, er hat jetzt weniger Karten als ich. Das war ein Eisstrahl, in der Hoffnung, dass es gelähmt wird, aber es wird es leider nicht. Schade. Und jetzt tauscht er. Na, wenn du meinst. Ha. Glück gehabt. Witz. Er zieht unnötig die Duelle immer in die Länge, ey. Das hasse ich an ihm. Ja, toll. 10. Knirschen. Ah, Mann, ich hasse die. Gold King, das ist schon gut. Aber ich kann ja trotzdem per Glück ausprobieren, ob es zumindest gelähmt wird. Oh, wie so gut zickelt. Das ist gar nicht gut. Dafür kommt es aber auch 80 Scheinen dafür. Ha. Und ein Scheinlehrer ist schon mal besiegt. Tja. Eisner Kröp. Ja, gut, da kommt er. Äh, Garados. Definitiv. Und schon wieder Zähne knirschen. Ja. Wenn du meinst. Und wieder Riesenkoteckel. Du bist jetzt so blöd, Tim. Weißt du das? Du weißt schon, dass du deine größte Verteidigung auch dadurch vernichtest, ne? Garados. Oh, jetzt habe ich einen Vorteil, jetzt habe ich einen Vorteil. Drachenwut. Oh, sehr gut. Ich glaube, jetzt gewinne ich. Ich hoffe es zumindest. Boah, der hat viele Pummelos, ey. Junge, Junge, Junge. Übertreib halt. Na, eigentlich reicht das so aus, wenn Garados immer Drachenwut aktiviert. Das reicht vollkommen aus. Ernsthaft. Blubstrahl. Natürlich nicht gelähmt. Warum auch? So, dann haben wir Drachenwut und jetzt nur noch ein Pokémon besiegen und dann haben wir auch einen Tipp. Wow, nach dem dritten Versuch erst, ey. Äh, dein Tauros macht mir jetzt nicht Angst, da ich jetzt einen Garados habe. Deswegen habe ich keine Angst für dein Tauros. Was macht eigentlich die Fähigkeit Hellbeerei? Dein Gegner spielt mit einer offenen Hand. Diese Fähigkeit verliert ihre Wirkung, solange er aber nie so... Achso, cool. Erstmal Blubstrahl, weil Tauros hat leider 60 KP. Ja, aktiviere ruhig Trank, das macht nichts. Und gewonnen. Yay! Naja, also das Wasserdeck, das muss ich noch ein bisschen optimieren. Also, da müssen mindestens... Äh, müssen da mindestens nur drei Wasser-Pokémon noch rein. Ich glaube, Quapsel, Quapussi und Quapo werde ich da rein tun. Ja. Yay! Und ich vergesse, das immer vorzulesen. Sorry, Leute! Hier wird, kommst du den legendären Pokémon-Karten einen Schritt näher. Und hier, das ist auch für dich. Ich hoffe, ich bin dir damit behilflich. Riesel. Oh, Travoran. Geil. Naja, ein bisschen. Die meisten Karten habe ich ja jetzt schon. Okay, danke. Jetzt haben wir ja schon zwei Medaillen. Oh, mein Rivale, Ronald. Hi, Lufia, wie geht's? Du hast die zweite Medaille gewonnen. Du musst ein Glückskind sein. Ich werde sehen, wie gut du wirklich bist. Wir spielen um sechs Preisse. Gewinnst du, gebe ich dir eine sehr seltene Karte. Oh, ja, Moment mal. Hier aktiviere ich mal, muss ich bleiben mal in Safe State. Ach, was habe ich denn jetzt aktiviert? Sorry. So, mein Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Ja, ich habe aus Versehen gerade die Reset-Taste gedrückt. Deswegen, äh, habe ich jetzt, äh, offscreen nochmal Niki und Tim besiegt. Und jetzt bin ich hier wieder bei Ronald. Okay. Also, wir müssen gegen ihn jetzt einmal kämpfen. Ich bin Ronald, Deck. Yay. Das ist eigentlich schon das erste Mal, dass wir gegen ihn jetzt kämpfen dürfen. Yay. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was es für ein Deck jetzt hat. Ich glaube, der hat auch so ein Mischmasch-Deck. Der hat alles. Ich bin mal gespannt, wie er so sein wird jetzt. Garotos, das ist schon mal sehr gut. Professor Eich kann ich auch einmal aktivieren. Ja, okay, das war klar. Okay, 20 KP hast du noch. Oh, Lapras, sehr gut. Also, dein Tragosso ist schon mal jetzt gleich Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, also für dich ist es jetzt nicht so gut, weil ich jetzt schon einen Preis gewonnen habe. Shigi, okay. Kommt mir so vor, als ob der jetzt fast auf so einem Wasser-Deck hat. Aber naja, macht ja nichts. Honn-Attacke. Wird nicht genannt. Sehr gut. Energie-Suche. Das ist sehr gut. Ja, erstmal Lapras. Okay, mein Goldini ist Geschichte, aber macht nichts. Dafür kommt jetzt mal Garotos. Und das wirst du jetzt nicht so schnell besiegen, glaub mir, Ronald. Eigentlich reicht er auf Blubstrahl. Das hört vollkommen aus. Ernsthaft. Das macht er nur, um Zeit zu vergoldnen. Oh, Knurga. Hui. Okay, das könnte jetzt doch noch interessant werden. Oh, Energiesuche. Sehr gut. Wow, Kopf muss hier gefährlich. Ja toll. Äh, ich hasse das. Jetzt habe ich doch kein Goldini mehr. Das ist nicht gut. Aber jetzt muss Ronald erstmal versuchen, mein Garotos zu bezwingen. Das wird auch nicht so einfach. Ja, komm. Mein Fossil kann ich jetzt auch mal langsam mit Energiekarten versorgen. Oh, Knurga. Knurrmacher. Wow. Pro Kopf 30 Schaden. Aber hat leider kein Glöck der Haut. Und eine Stipp wird sich dir jetzt mal, weil ich so frech bin. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ah, verkehrt, dass er jetzt austauscht. Wow. Aqua-Knurrmacher. Süppi. Oh, er hat auch einen Atras. Aber das hält nicht lange. Einmal Drachenwuten, dann ist es schon besiegt. Jupp. Und wir haben Ronald besiegt. Also, jetzt gleich. Weil wir ein Pokémon von ihm jetzt noch besiegen. Jawohl, gelähmt. Eine Runde. Gewonnen. Es war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich jetzt noch Juro zu Juro-Gong weiterentwicke, aber macht nichts. Ich mach das gerne. Und gewonnen. Und gewonnen. Sehr gut. Nun, es ist, wie es ist und deshalb gebe ich dir diese Karte. Wui, ein trainiertes Bumbellof. Schön. Nächstes Mal wird es schwerer. Man sieht sich. Jojo. Jojo. Okay. Da ich euch jetzt die ersten zwei Clubs gezeigt habe, werde ich im Wasser-Club aufhören. Denn der Wasser-Club wird der nächste Club werden. Aber hier kann ich zumindest noch ein bisschen was lesen. Ja. Stark gegenüber Feuer-Pokémon. Stark gegenüber Elektro-Pokémon. Deswegen werde ich jetzt offscreen mir jetzt ein einigermaßen vernünftiges Elektro-Deck zusammenbasteln. Und dann werden wir in der nächsten Aufnahme unter anderem den Wasser-Club dann machen. Einige Karten sind schwach gegenüber Pflanzen-Pokémon. Attacken benötigen Wasser-Energie-Karten. Der Effekt der Attacken Aquaknabre und Hydro-Pumpe hängt von der Anzahl der Energie-Karten ab. Je mehr Wasser-Energie vorhanden ist, desto stärker ist die jeweilige Attacke. Der Schaden kann so um 20 SP steigen. Genau, das ist sehr gut. Ein gelähmtes Pokémon ist handlungsunfähig. Rückzug, Angriff oder der Einsatz von Pokémon-Power ist nicht möglich. Alle anderen Karten auf der Hand können aber gespielt werden. Dieser Zustand dauert bis zum Ende des Zuges und kann mit Hyperheiler und Evolutionskarten geheilt werden. Jo. Sarah und Julia, Mitglieder des Wasser-Clubs, sind Fleninger. Kein Wunder, dass sie sich so ähnlich sehen. Ja, sonst wären es ja keine Fleninger. Oh, komm. Kennst du Imakuni? Nee. Äh, also an sich weiß ich, wer das ist, aber jetzt in der Aufnahme kennen wir ihn noch nicht. Er ist ein verdächtig aussehender Typ, der ganz in schwarz gekleidet ist. Er tanzt in der Lunge eines der Clubs. Ach, Lounge eines der Clubs. So, er ist nicht zu übersehen, aber vielleicht solltest du dich lieber von ihm fernhalten. Lisa, die Meisterin dieses Clubs, schläft im Netz der Zeit sehr oft. Sie langweilt sich, da keiner da ist, der gegen sie antritt. Das ändert sich bald. Im Wasser-Club werden keine Feuerpokémon eingesetzt. Ich habe hier der seltene Arcani, aber das Lapras ist mir viel lieber. Hast du einen Lapras, das du gegen meinen Arcani tauschen kannst? Ich, weil, ja... Okay, dann lass uns deinen Nachfass gegen meinen Arcani tauschen. Oh, das Nachfass gehört zu deinem Deck. Ah, ich habe nur eins, ja. Aber merken wir uns auf jeden Fall, dass wir von ihr einen Arcani bekommen können, aber dafür brauche ich mindestens ein weiteres Lapras. Und das ist hier so selten zu bekommen momentan. Naja, ich zeige euch mal ganz kurz, wie an sich schon der Wasser-Club aussieht. Wow. Hey, stopp! Dies ist verbotenes Gebiet. Lisa, die Clubmeisterin, schläft. Das Mädchen, das dort hinten schläft, ist Lisa, die Clubmeisterin. Wenn du gegen Lisa antreten möchtest, musst du zuerst Sarah und Julia besiegen. Dann werde ich dein Talent prüfen. Solltest du gewinnen, werde ich dich Lisa, der Clubmeisterin, vorstellen. Okay. Also müssen wir hier alle Trainer besiegen, um gegen sie dann zu kämpfen. Aber wie gesagt, das werde ich euch erst in der nächsten Aufnahme zeigen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Ich werde natürlich jetzt wieder offscreen mehr oder weniger ein paar Karten fahren. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme uns wieder. Bis bald und tschüss!